Leute, Bitcoin bricht gerade aus unserem wichtigen Falling Wedge nach oben hin aus. Wir traden momentan bei ca. 58.700 US-Dollar. In diesem Video besprechen wir, welche Punkte jetzt für uns wichtig sind, damit wir hier einen eindeutigen Breakout haben. Wir schauen uns außerdem Bitcoin auf den verschiedenen Timeframes an. Wir schauen uns kurz Ethereum an und Shiba Inu. Also bleibt am besten bis zum Ende dran. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir starten direkt mit dem Bitcoin auf dem 4-stündigen Chart. Und wie ihr wisst aus dem letzten Video haben wir hier unser Falling Wedge, welches wir hier schon zuvor hatten. Hier sind wir erfolgreich aus diesem Falling Wedge ausgebrochen und haben unser Preisziel hier erreicht und sogar übertroffen. Und jetzt formt Bitcoin, nachdem wir hier ein weiteres All-Time-High erreicht haben, wieder ein Falling Wedge. Und es sieht so aus, als würden wir hier aus dem 4-stündigen Chart von diesem Falling Wedge wieder einen Breakout nach oben sehen. Wichtig wird es jetzt für den Bitcoin, dass wir darauf achten, dass wir es schaffen müssen, diese Zone von dieser grünen Box nach oben hin zu durchbrechen. Diese liegt in etwa zwischen 59.400 und ca. 60.000 US-Dollar. Diese 59.300 US-Dollar werden noch gleich auf dem Daily Chart eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Denn wie an dieser Zone sehen wir hier, wurden wir zuvor hier rejected. Ebenfalls hier nochmal Widerstand. Hier nochmal Support. Hier nochmal Support. Support. Support an dieser Stelle. Und mehrmals hier, wie wir hier sehen, Support. Und hier nochmal ein wenig Resistance. Also diese Zone ist jetzt extrem wichtig für den Bitcoin. Wir müssen es unbedingt schaffen, diese Zone nach oben hin zu durchbrechen. Es könnte jetzt sehr gut sein, dass wir gegebenenfalls hier nochmal rejected werden. Und hier nochmal einen Retest auf dieser Linie sehen. Und dann beim zweiten Versuch erst schaffen, hier über diese Linie zu kommen. Ich erwarte hier, dass wir mit Bitcoin definitiv diese Box hier hinter uns lassen müssen. Denn wir müssen es unbedingt schaffen, dieses und dieses vorherige Hoch, was wir hier hatten, hier rauszunehmen. Dann wäre das ein sehr, sehr gutes Zeichen für den Bitcoin. Und wir wären auch auf den kleineren Timeframes wieder bullish. Unser RSI hat es auch hier geschafft, kurz nach dem Breakout direkt über die 50 zu schießen. Welches ebenfalls ein sehr, sehr wichtiges Zeichen war. Denn wir sehen hier beim letzten Breakout hier aus diesem Falling Wedge, sind wir mit dem RSI ebenfalls runter bis auf die 30er Linie circa. Hier ebenfalls nochmal beim letzten Run runter bis auf die 30er Linie. Dies hatten wir ja schon besprochen. Und dann hatten wir hier ein Reversal. Ebenfalls hier an dieser Stelle auch runter 30er Linie. Reversal hoch. Und dann hatten wir den Breakout, wo wir dann mit dem RSI hier hoch bis auf circa 80 gegangen sind. Dann hatten wir unser Top erreicht und dann ging es wieder runter. Wie gesagt, hier wird es jetzt extrem interessant. Wir müssen es unbedingt schaffen, diese zwei vorherigen Hochs hier aus dem Markt zu nehmen. Und auf dem Daily Chart wird es gerade auch extrem interessant. Denn wie ihr wisst, der Daily Chart ist ein wenig wichtiger als der 4-stündige Chart, weil dies ein höherer Timeframe ist. Und dieser hat mehr Aussagekraft als der 4-stündige Chart. Hier wird es gerade auch extrem interessant. Wir sind kurz dabei hier aus diesem Falling Wedge auf dem Daily Chart auszubrechen. Wir hatten ja zuvor auch schon hier ein Falling Wedge auf diesem Daily Chart. Hier haben wir ebenfalls an dieser Stelle die 20er und 50er Moving Average hier kurz vor der oberen Widerstandslinie gehabt. Haben es dann geschafft, erfolgreich über diese Linie nach oben hinauszubrechen. Und haben dann hier einen extremen Pump nach oben bis zu unserem All-Time-High gesehen. Wichtig wird es jetzt, wenn wir jetzt diese Stelle hier vergleichen mit dieser, sieht diese extrem ähnlich aus. Denn wir sind hier ebenfalls an dieser Stelle hier hoch, bam, runter, 50er Moving Average gehalten, hoch über die 20er, runter, unter die 50er Moving Average. Dann hatten wir hier einen Crossover. Dann hier ist geschafft, die 50er und 20er Moving Average nach oben hin zu durchbrechen, gleichzeitig aus diesem Falling Wedge nach oben hin auszubrechen. Und dann sind wir hier mit dem Preis hoch bis zu unserem All-Time-High. Und jetzt formeln wir erneut wieder ein Falling Wedge. Sind hier, wie zuvor auch schon, hier einmal runter unter die 20er Moving Average. Support an der 50er, unter die 50er gefallen. Widerstand runter, Falling Wedge, untere Seite hier angetestet. Jetzt sieht es so aus, als würden wir hier ebenfalls einen Breakout nach oben sehen. Sollten wir es schaffen, hier diese 50er und 20er Moving Average nach oben hin zu durchbrechen, dann sind wir auf jeden Fall wieder bullish beim Bitcoin. Die 20er Moving Average liegt hier in etwa bei ca. 58.900 US-Dollar. Also hier in dieser Boxzone, die wir hier auch auf dem 4-stündigen Chart haben. Sollten wir es schaffen, wie gesagt, diese Linie nach oben hin zu durchbrechen, dann bin ich extrem bullish. Dann haben wir auf dem Daily Chart unseren nächsten Widerstand, hier zwischen 63.000 und 64.000 US-Dollar für den Bitcoin. Bei Ethereum auf dem Daily Chart wird es gerade auch ebenfalls sehr, sehr interessant. Hier sind wir ja nochmal hoch. Haben unser All-Time-High bei ca. 4.800 US-Dollar erreicht. Dann ging es hier runter, haben unseren wichtigen Support hier in der Zone von ca. 4.000 US-Dollar erfolgreich angetestet. Was ein extrem wichtiger Punkt war, dass wir es geschafft haben, diesen Support hier zu halten. Denn dieser Support war, wie ihr hier seht, ein sehr, sehr wichtiger Support. Denn wir haben zuvor hier den Support gehalten an dieser Stelle. Daraufhin hatten wir hier Widerstand. Und hier hatten wir das alte All-Time-High. Das heißt, diese Zone spielt hier eine extrem wichtige Rolle für Ethereum. Und wir haben es jetzt geschafft, im Gegensatz zum Bitcoin, hier bei Ethereum die 50er und 20er Moving Average nach oben hin zu durchbrechen. Ich würde hier definitiv abwarten, bis wir es schaffen, hier unsere 1-Tages-Kerze über der 20er Moving Average zu schließen. Sollte dies der Fall sein, denke ich, dass wir hier bei Ethereum mit dem Run eine Fortsetzung sehen können. Und hier auch sehr zügig unser altes All-Time-High hier von ca. 4.800 US-Dollar nach oben hin durchbrechen sollten. Und sollten wir hier als All-Time-High nach oben hin durchbrechen, dann sind wir hier mit Ethereum wieder auf Price Discovery. Das heißt, dann könnte es nochmal sehr, sehr interessant werden, ob wir beim Ethereum die 5.000 US-Dollar Marke sehen. Und aktivieren wir einmal unsere FIP-Linien, dann wird es hier nochmal extrem interessant, denn hier haben wir nochmal bei 4.500 US-Dollar einen Widerstand vor uns bei unserem 6.18er FIP-Level. Dort könnte es auch nochmal interessant werden, wir wurden ja hier rejected beim 6.18er zuvor. Hier ist es wichtig, dass wir unbedingt hier die 6.18er aus dem Markt nehmen müssen. Dann haben wir nur noch das 7.86er vor uns und unser All-Time-High und sollten wir dieses All-Time-High nach oben hin durchbrechen, dann ist unser nächstes Preisziel hier von unserem FIP-Extension Tool bei unserem 1.6.18er FIP-Level bei ca. 5.468 US-Dollar, welches definitiv ein Preis ist für Ethereum, welches meiner Meinung nach machbar ist. Bei Shiba Inu wird es gerade auch extrem interessant an dieser Stelle, denn wir haben einmal neue News bei Shiba, Kraken Exchange hat Shiba hier gelistet. Ab dem 30. November kann es mit dem Traden beginnen und die Deposits sind jetzt schon angefangen, das heißt ihr könnt schon eure Shiba Token auf Kraken schicken und ab dem 30. November könnt ihr dort an dieser Stelle traden. Und wichtig wird es bei Shiba jetzt, wir haben hier jetzt einen Pump gesehen nach diesen News, denke ich, die wurden vor einer Stunde hier veröffentlicht, haben hier einen Pump gesehen in unsere grüne Zone hier an dieser Stelle, die eine sehr, sehr spannende Rolle gespielt hat zuvor. Denn diese Zone war eines unserer wichtigsten Supportzonen für Shiba, denn wir hatten hier einmal Support, hier einmal Support, ebenfalls hier nochmal. Dann sind wir hier unter diesen Support gefallen, haben hier nochmal Widerstand erlebt, hier nochmal Widerstand und jetzt kämpfen wir auch hier um den Widerstand. Wir müssen es unbedingt schaffen mit Shiba diese grüne Zone hinter uns zu lassen und nach oben hin zu durchbrechen, denn es sieht so aus, wenn wir hier unten eine Linie ziehen, dass wir hier mit der oberen Linie ein Ascending Triangle haben. Und wir sehen hier, Shiba versucht hier auszubrechen, wir haben hier einen Pump gesehen, allerdings sehen wir, dass hier wieder abverkauft wird an dieser Stelle. Aktivieren wir einmal unsere EMA Ribbons, sehen wir, dass hier sich unsere EMA Ribbons bewegen, die eine extrem spannende Rolle bei Shiba spielen. Denn wie wir sehen, sind wir hier seit längerer Zeit unter den EMA Ribbons und haben es nicht geschafft, über die vierstündigen EMA Ribbons zu steigen. Wir müssen es wie gesagt hier schaffen, nach oben hin zu steigen, gegebenenfalls nochmal einen Retest hier auf die EMA Ribbons zu sehen und dann erst denke ich, dass wir hier mit Shiba weiter mit dem Preis steigen könnten. So, das war es mit einem kleinen Update heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bleibt alle gesund und bis morgen.